Die Jummimüs Gala Als ein fester Bestandteil des Kölner Gala-Geschehens war auch in diesem Jahr am 4.1.2013 ein großer Erfolg. Illustre Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien brachten dieses Jahr die Spendensumme von 220.000 Euro zusammen. Logischerweise immer wichtig. Und ich denke mal, man sollte es auf jeden Fall tun. Ich denke, man muss aufpassen, wie man es macht, dass man es nicht zu sehr als ich verkaufe mich selbst gerade mal mitmacht. Und man muss aufpassen, dass es nie zynisch wird, dass man die Armen wie ein Geschenk sozusagen ans Revier heftet und ernsthaft dabei bleibt. Nathoya Jackson und Prince Michael Jackson Jr. spendeten je 5.000 Euro. Ja, ich finde es ganz toll, dass sich so etwas gebildet hat. Die Jummimüs ist einfach großartig.